leute da draußen willkommen hier bei mir mit dem heute mit einem dragons dogma kurzen anleitungsvideo wie ihr an den zauber für den erz magier und magier bekommt die meteoriten beziehungsweise politen beschwörung und für den magier einen zauber der nennt sich zum kurz gucken ich mache das jetzt hier alles in einem schnitt der nennt sich himmlischer lobgesang das kriegt mit zusammen mit dem politen beschwörung was macht das welle aus heiligem licht die wiederherstellung der ausdauer und tempo von verbündeten beschleunigt reduziert erlittenen schaden verbraucht ausdauern macht ohnmächtig das ist halt eine riesen kuppel wo eure verbündeten ausdaueregeneration aus der hölle bekommen wo sie alles rausballern können was sie wollen das hält eine weile diese kuppel und wenn die zeit abgelaufen ist dann dann ist der beschwörer einfach mal kurz leer von der ausdauer so dann gibt es halt noch den zauber für den erz magier ist ja ist die politen beschwörung es ist halt hier ein meteor schauer den er dann castet um ja meteoren aus dem himmel regnen zu lassen weil er eigentlich ziemlich geil ist und sehr viel schaden macht aber halt eine ziemlich lange kraftzeit hat wie bekommt ihr den werden sich viele fragen vielleicht seid ihr auf der suche danach und ich zeige euch jetzt was dafür machen müsst ganz schnell über die karte erwähnt damit ihr das nicht damit es nicht so lange dauert so und zwar die quest der questgeber oder die quest ihr braucht ist hier gleich am anfang da bei dem vor also wenn jetzt hier beim vor startet geht ihr den weg hier lang nach oben nach norden das ist auch da wo ihr die quest bekommt in den kleinen dürfchen in den osten dürfchen mit dem bruder geht ein bisschen weiter den weg hier lang und da kommt ihr zum haus von eini das ist so ein kleines hexischen häuschen mit zwei älteren herrschaften und einem mädchen spricht hört euch das kurze gespräch zwischen der oma und dem mädchen an und quatschen das mädchen an das mädchen wird euch sagen ja ich hätte gerne ich würde gerne magie lernen und besorgt mir bitte ein paar bücher zauber bücher so diese zauber bücher findet ihr überall in der welt eins gibt es direkt in dem ersten dorf hier gibt es das dann gibt es noch verschiedene versteckt die findet ihr aber im laufe der zeit also wenn ihr die welt erkundet findet ihr recht fix so wenn ihr jetzt drei bücher habt drei bücher reichen behaltet diese bücher und geht hier runter wo mein marker ist nach zu diesem kontrollpunkt in ruhe statt weil da gibt es den fälscher das ist das hier irgendwo wird mir jetzt gerade nicht gerade nicht angezeigt oder ich bin einfach blind auf jeden fall gibt da den fälscher sucht den fälscher und lasst von jedem buch eine fälschung herstellen nachdem wir diese fälschung drei fälschung habt von jedem buch eine geht ihr wieder zu eini beziehungsweise zu den mädchen ganz wieder am anfang geht er halt hier hin und gibt ihr die drei bücher die wird euch fragen ja wollte ich mir noch mehr bücher holen braucht er nicht also gibt ihr die originale wichtig das ist sehr wichtig gibt er die originale wenn ihr die fälschung gibt habt ihr eine arschkarte dann kriegt ihr diese politische beschwörung nicht und zwar triggert das dann nämlich ein event wenn das nämlich normale fälschung sind die haben keine magie und triggern dieses event nicht deswegen gibt ihr die originale drei stück die wird euch danken wird sagen ja kommt später noch mal wieder und dann wenn ihr dann wieder kommt läuft ein event da ist sie dreht sie durch da dreht sie durch und kasse die ganze zeit zauber auf euch wird als gegner markiert greift sie nicht an läuft einfach hin dass sie sich weg teleportiert und wenn sie erschöpft ist fangt sie beziehungsweise packt sie dass ihr die auf den boden drückt nicht töten sie wird als feind markiert macht wie bei anderen quests auch fangt sie dass sie ruhig gestellt ist und danach habt ihr es geschafft und die oma wird euch sagen ja kommt bitte wieder wenn es eine wieder ein bisschen gut geht ihr geht natürlich also natürlich weg ihr könnt natürlich zu dem feuer gehen zum lager da 1 2 tage pennen und geht dann wieder zurück aus dank dass ihr geholfen habt wird sie euch sagen dass sie schon ein zauber gemeistert hat und das ist der politik ist die politik beschwörung die wird sie euch geben danach geht ihr noch in das hinterzimmer oder richtung hinterzimmer da wird die oma mit euch sprechen diese ist eine magierin und wird euch diesen support zauber geben sehr geiles teil sehr gut für basallen die halt magier spielen um bei euch mal schön dass ihr euch mal schön austauschen könnt mit ohne auf ausdauer für kurze zeit zu achten so danach geht ihr mit den drei fälschungen die ihr noch in eurem inventar haben solltet geht ihr natürlich dann wieder zurück könnt ihr aber natürlich auch machen wenn wenn ihr gerade da seid und alles abgeholt habt ich würde empfehlen nach eine zu machen weil sie gibt euch ein freundschafts ring sozusagen was auch noch mal ein gespräch triggert mit 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 zum schutz gucken wenn ich jetzt mit mührdienst so der möchte auch drei bücher haben aber das ist nun test er möchte nun test als test dass ihr würdig seid ein lehrling zu werden gibt ihnen die fälschung da wird er einfach sagen ja okay das ist eine fälschung aber schätzt eure mühen weil ihr seid noch nicht erfahren genug um das zu erkennen so gibt die drei fälschungen wird er sagen alles klar kommt noch ein paar tagen wieder und normalerweise wenn ihr das mit mit einem mit dem mädchen schon gemacht habt wird er plötzlich sagen so hä politen beschwörung diesen zauber kenne ich gar nicht was ist das verstehe ich nicht ich verstehe die formel auch nicht blablabla werdet ihr sehen und habt dann auch den ring von dem mädchen im inventar da er dann das auch automatisch sieht muss nicht ausgerüstet sein da muss nur im inventar sein geht da hin und würde sagen so dieser ring hast sie mich und pipapo und ich möchte gibt mir noch ein bisschen zeit ich muss noch darüber nachdenken ob ich euch helfen will oder nicht entweder ich direkt nach diesem gespräch gleich erneut an und gibt euch er gibt euch dann den zauber mal strom also das ganze ein ganz ganz easy entweder müsst noch mal tag warten oder oder zwei und dann kriegt ihr halt wie gesagt wenn ihr dann die gespräche durch habt dass das kurz gucken den 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 zauber mal strom so hat man kurz hier zu den ganz hin mal strom was macht mal strom beschwert wirbelwind der bei denjenigen die seinen weg kreuzte schaden anrichtet verhindert bewegung während des zauberndes immun gegen schnell zauber aber effektivsten auf engem raum er seht jetzt durch das kleine video seht ihr da auch die was passiert das ist halt ein geiler zauber wo gegner extrem schaden bekommen und auch nicht mehr so schnell rauskommen und ja das war's das zu politen beschwörung mal strom und dem support zauber in einem rutsch ich hoffe es hat konnte euch helfen falls ihr schon dran vorbei seid könnt ihr natürlich auch wieder zurückgehen und man muss ja nur drei bücher abgeben also normalerweise sollten da in der welt noch auch duplikate also zwei von einer sorte sein aber wie gesagt wenn ihr sie am anfang schon angequatscht habt und da vorsorglich fälschung angefertigt habt dann seid ihr da safe ansonsten haut rein ich hoffe ich konnte euch helfen bis dahin euer bedämen tschüss tschüss